herzlich willkommen zurück zu den movies freunde unser filmstudio wächst weiter an wir haben hier unseren schönen bonus weil wir ja drei preise abgeräumt haben es ist fantastisch sage ich euch es ist fantastisch erst mal ein bisschen kohle in die hand nehmen zum verschönern die ganzen ecken hier mal mit bearbeiten die schluderecken gedreht wird gerade fleißig wir haben zwei filme gleichzeitig in der mache da wird danach die kohle so richtig reingeflossen kommen wo würden überall gedreht hier unten wurde einer gemacht hier wird der andere grad gemacht ich brauche mehr catering einrichtungen saste aber auch noch einen snack wagen wo klatschen wir den onkel hin in die ecke passt nicht viel rein sonst da bauen wir das hier mal mit hin so schon wieder ein sky file set hier guck mal da korridor ob er trägt liegen wir noch in die ecke sehr schön immer schön platz sparen der wird uns nämlich eher ausgehen als wir wollen wollen wir hier gleich noch coole autos mit hinsetzen haben wir noch wir haben den schicken hier einfach weil ich kann schon wieder ein tribo fertig ich glaube es ja nicht wo bin ich hier muss ich hin was machen wir jetzt was bist du aber du bist gar nicht so gut dann kannst du eigentlich gleich mal abdackeln filme die nicht die charts stürmen wollen wir hier nicht aber was kann ich jetzt schon wieder bauen eigentlich nichts was klitzerst du mich blöde an du knopp hier ist schon wieder eine preisverleihung unterwegs ich fasse es nicht sieht es hier aus die legen auch schön los die wissenschaftler sind auch alle beschäftigt grad sechs stück haben wir mehr dürfen wir anscheinend nicht haben was ich doch recht traurig finde aber was wirst du machen hier unten ist kein neuer hier ist kein neuer mitarbeiter hier ist keiner schade schade schokolade aber was soll's ich würde so weit stars danke meine güte könnte die filme nicht separat reden fällt doch keinem auf wenn noch ein anderer mit im bild ist das wäre auch mal eine coole idee 360 grad filme fürs kino ich wette das wird es auch irgendwann noch geben dass man einfach im kino sitzt mit dem großen kinosessel wo man kleines lenkrad dran hat vorne mit einer kurbel dran da kann man sich die richtung gucken aus der man gerade gucken will auf das geschehen wäre doch mal eine coole idee machst du gleich noch sport beim film gucken so wir bauen mal hier noch eine kleine ecke rein dass die sich hier noch ein bisschen wir können ja hier gerade sowieso nichts weiter bauen da würde ich sagen können wir hier nämlich schön noch was hinten schachteln machen wir jetzt mülltonne mit dazwischen ein getränkespender wärmer zu einem kleiner kaugummi automat kommt auch immer gut und dann können wir noch schöne bäume setzen damit das set aber nicht zerstört wird werden es nicht solche winzigen sondern solcher auch nicht die hier passen noch gut zum set so bitteschön haben wir hier noch eine kleine sitzgelegenheit mit dran gebaut für unsere stars und was geht denn hier ab die drehbuchautoris sind schon wieder fertig menschenskinder die haben auch nichts zu tun den ganzen tag außer drehbücher schreiben ich meine man könnte jetzt natürlich böse zungen würden behaupten ich zwinge die ja regelrecht dazu aber dafür gibt es ja wohl keinerlei beweis ist ja nicht so dass das irgendwer aufnehmen würde wenn ich dazu gib mich geld action wird gerade noch nichts groß gedreht schade eigentlich aber die sätze sind auch alle noch relativ neu die werden schon noch kommen die werden ihre zeit erleben wir gucken uns inzwischen mal das set an ist doch ganz hübsch ich würde mir gern das set hier oben ansehen das finde ich irgendwie das finde ich beeindruckend diese zerbombte stadt sieht nämlich wirklich cool aus hier mit dem schönen fachwerkshaus noch so eine kriegsstadt hat was kann man tolle filme mitmachen die hat stress die alte naja aber nach den filmen jetzt da könnte sich eigentlich auch alle erstmal entspannen zwei filme auf einen schlag veröffentlichen das ist nicht schlecht das kann nicht jeder freundin das kann nicht jeder paparazzi pack man kann ja richtig cool in so eine ansicht gehen hier so kann man sogar mal in die gebäude rein gehen hier ach nee das ist schon wieder hinterm gebäude aha das ist aber auch mal schön so hier einfach mal durch die gegend zu laufen können wir denn in gebäude auch rein nee hier komme ich gar nicht hin warum auch immer hier darf ich lang schade die verschwinden da auch was trennt ihr hier rum bleibt sofort stehen nur weil es da gerade keine pakete mehr gibt heißt das doch nicht geht weg dass ihr nicht mehr forschen müsst du kannst nicht entkommen so wollten die forscher abhauen weil es hier jetzt gerade bei der film erstellung nichts mehr zu forschen gibt erst mal ich fasse es ja nicht was denken die denn eigentlich wer die sind nilu machen wir hier einen doppelfilm eiskalt haben wir das gemacht ich komme da immer noch nicht drüber hinweg über diese dreisten wissenschaftler auch nicht was denken die denn wer sie sind einfach abhauen wollen bei denen läuft ja wo richtig was verkehrt ich glaube bei der müssen wir mal aufpassen dass die ich glaube die hat nämlich ein trinksuchtsproblem bald obwohl es geht die ist nur jetzt gerade sich am betrinken ab und zu ist das vielleicht mal erlaubt ist halt eine heftige sache so film nummer eins wird rausgehauen freunde wollen wir doch mal sehen der beschuss ein action film made by empire films naja wir haben schon besseres veröffentlicht aber was will man mehr ich glaube das ist auch der film mit den statisten mit drin hatten wird sich gleich zeigen der beschuss mit blondie schnitz und bootexia ja das ist die statistische produktion kein wunder dass die bisschen schlechter ist ein ein ja so kräftiger an tiefers das würde mir glauben Das ist so plötzlich Aber ich feier's einfach Oh nein Oh hier, was geht jetzt ab? Hoppla hopp Da hat's die beiden wohl erwischt Aber nicht schlecht, die Filme werden langsam besser Muss man sagen, so von der Gesamtqualität her Wenn ich dann an unsere ersten Produktion Denke an unsere allerersten Also mein lieber Scholli Blondi-Schnittchen strahlt vor allem Naive Unerfahrenheit im Action-Genre aus Es könnte schwierig werden Hier irgendwelche Stars zu entdecken Blödes Stück Ich kauf die Firma auf und reiß sie dann ab So, ihr seid soweit auch gar nicht gestresst Merke ich Haben wir noch Statisten zur Verfügung? Hammer Bitteschön Machen wir noch so eine Billig-Produktion Ich glaube, es hackt Na gut Wenn man keine Stars hat, man muss nehmen, was man kriegt So Äh, nee, das wollte ich gar nicht Du Stück, du sollst Einen Horrorfilm machen Aber das hat nicht mal zwei Sterne Und unter zwei Sternen mach ich's nun mal nicht mehr Eigenes Drehbuch-Büro Ne, ich will jetzt noch kein eigenes machen Ich will eigentlich überhaupt kein eigenes machen Das macht viel Arbeit Und so richtig geklappt hat's bei mir auch nie Ich will lieber Bei den Handgeschriebenen von meinen Kumpels bleiben Die können das Die werden dafür bezahlt So, die sind soweit fertig mit Tränen Machen wir ein bisschen PR, bevor ich hier veröffentliche Dankeschön Hier sieht's soweit ganz gut aus Bitteschön Ihr könnt euch mal ein bisschen unterhalten und entspannen Und wir veröffentlichen den Film Der Alien unter meinem Bett Ein Hörerfilm Von bester Qualität, Freunde Beste, beste Qualität Naja, vielleicht nicht die aller, aller, allerbeste Aber die ist schon ganz gut Na, ist doch fast ein Drei-Sterner geworden hier Zeig mal her, dat Luder Der Alien unter meinem Bett Lionhead Movies präsentiert Eine Empire Films Produktion Der Alien unter meinem Bett Mit Hilde de Wilde als Janet Siems Günther Isaac als Floyd Irgendwas Einfach mal in den Raum gewechselt, fällt nicht auf Sowas Hä, wer ist jetzt wer? Von wem muss man mehr Angst haben? Die sind beide kroppen hässlich Hein? Hö! 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 Ob das noch ein Happy End gibt, wer weiß das schon. Oh ne, das sah nicht so aus. Ne, das sah nicht nach Happy End aus. Aua, aua, aua. Günther Isaac war zuletzt zu oft in Filmen zu sehen. Ich will ihn nicht mehr auf der Leinwand. Filmwatcher, halt die Klappe. Günther Isaac hat es halt drauf, ja? Also hör mal. Und wir haben zwei Kassenknaller. Was haben wir jetzt schon wieder entdeckt? War da ein neues Set dabei? Ich will das wissen. Ne, war hier was neues da, bett. Oh, da, honcha, ah, hey, ganna, huka. Ah, humanna, hey. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ein neues Paket ist in der Wurst nicht verfügbar. Ist mir egal, lass mich in Ruhe. Ich hab endlich ein ordentliches Restaurant, das ich bauen kann. Da werden sich meine Stars aber freuen. Wartung bitte. Die Proben für unseren letzten Film sind abgeschlossen. So, wie zufrieden bist denn du mit deinem Aussehen und so? Weil da könnte man eventuell was machen. Falls sich da was stört. Das geht eigentlich sogar. Trunksucht hat ja ein bisschen Probleme. Wo ist denn hier die, was wir gebaut haben? Entzug, hier, guck mal. Da lassen wir dich mal auf Entzug gehen. Es wird wahrscheinlich eine ganze Ecke jetzt dauern, aber was willst du machen? Könnten wir eigentlich den... Aber da müssten wir was nochmal neu machen. Ne, komm, wir drehen den so wie er ist und gut ist. Und die zwei können ja inzwischen mal ein bisschen sowas hier machen. Womit ist denn der unzufrieden, hör mal? Eigentlich nicht mit vielen Dingen. Gefolge hätte der gern mehr. Das tut mir nur leider leid, dass ich keine Leute zur Verfügung hab, du. Rimpfi. Äh, Sky-Fi wird nach wie vor gewollt. Bitteschön. Wie sieht's jetzt hier aus? Neues Paket, haben sie gesagt. Aber nicht für hier. Ist für einen der anderen Räume wieder. Naja. Kann man ja mal machen. Boah, aber ein Zug braucht auch ganz schön lange, hä? Naja, der Peter, der alte Säufer. Wow. Da, ba, dam. Nummer 1, füllen wir den Charts. Nummer 1, Nummer 1. Wir sind überall die 1. Wir sind so schade, wir sind so toll, wir sind die besten Troll-er-Loll. Oh, guck mal hier. Können wir das dem Peter als Gefolge ran zwiebeln aktuell? Können wir nicht. Schade. So. So, du kriegst mal die. Du kriegst das hier. Haben wir hier zufällig auch wen? Aber noch einen Star einstellen. Naja gut, einen haben wir ja noch. Die Beate Wanst haben wir ja noch nicht. Die wollen wir uns noch krallen. Bitteschön. Die natürlich direkt erstmal am meckern ist, wegen ihrem Geld. Die alte Pflaume. So. Was ich dauernd an Gehältern zahlen muss. Es ist so teuer alles. So, wie wär's denn dann auch mal mit dem automatisch Aussehen machen? Kannst du dich eigentlich gleich dazu gesellen? Du auch? Während unser Obermacker immer noch auf Entzug ist. Weil der es bald mit der Trinkerei bekommt, wenn's so weitergeht. Schon wieder ein Ver... Ach nee, das haben wir freigeschaltet. Sieh mal einer an. Was habt ihr schon wieder getan? Ihr denkt wohl, ich lass euch hier freiwillig raus. Das hättet ihr gern. So seht ihr auch aus. Ich weiß, dass du mit dem Aussehen unzufrieden bist. Dagegen tun wir doch grad was. Bleib mal gechillt. Wenn ich du wäre, wäre ich auch mit dem Aussehen unzufrieden. Du hässliche Pratze. So. Verkaufen. Da kommt die Star-Bewertung hoch, du. Oh, falls ein paar kleine Kinder zuhören. Hallo. Äh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe selbst keine Kinder. Dann ist es ja schön. Oh, hier unser Nummer-Zweier-Film. Der kann weg von der Leinwand. Äh, unsere Stars sind soweit alle fertig. Wir haben nur leider gerade nichts, das wir produzieren könnten mit den dreien. Muss ja aber auch nicht immer sein, dass die was produzieren. Was ist mit dir? Du weh das gerade, na, das ist schön. Dam, dam. Dam, 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 dam. Dam, dam, dam. Boah, die sieht aber schneidig aus jetzt hier unsere Blondie. Die Hilde de Wilde ist hässlich wie immer. Der Günther Eisig wird auch nicht schöner mit den Jahren. Was will man machen, ne? Na, komm, mach her. So, und dieses Buch, das ist die letzte Amtshandlung für heute. Die lassen wir mal produzieren. Haben wir denn ein Dingens frei? Ne, das sind alles Stars, ne? Da macht der Günther Eisig ausnahmsweise mal als Regie mit. Äh, und du machst ne Rolle. Und du machst ne Rolle. So. So, gut, Freunde. Äh, für heute ist Schluss. Macht's gut. Gut. Training. Untertitelung des ZDF, 2020